Ich bin Salim. Ich komme aus Syrien. Heute habe ich einen Termin bei der Jobbörse in Sonnenallee. Ich suche eine Arbeit in Deutschland. Mein Beruf ist Krankenbepfleger. Mein Name ist Mario Lewald. Ich bin der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Berlin Süd. Wir in unserer Agentur bedienen dieses Thema für Gesamt-Berlin. Wir haben zwei Teams dafür speziell aufgebaut und sind heute mit unseren beiden Teams hier präsent. Auf der ersten Messe, großen Messe für Schutzsuchende mit über 200 Ausstellern. Wir haben mehr als 5.000 Schutzsuchende hier eingeladen und hoffen natürlich auf einen sehr großen Erfolg hinsichtlich Austausch, Informationen und dem, was sich möglicherweise im Anschluss daran anschließt. Hallo, mein Name ist Faldin. Ich komme aus Afghanistan und ich bin heute hier für einen Beruf zu suchen. Ich denke, ich bin noch ein Jahr in Deutschland, ich bin in der 9. Klasse und ich bin fast 18. Ich will hier einen guten Beruf suchen und danach eine Ausbildung machen. Ich habe hier Busfahren gefunden, das ist auch gut, aber ich suche für andere auch. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020